alle freunde herzlich willkommen zurück zu red dead redemption 2 wir waren im letzten part bei fallender regen unterwegs und das tun wir jetzt wieder beziehungsweise nicht direkt zu ihm sondern zu captain monroe wir haben immer noch das puma feld glaube ich dabei das müssten wir auch mal ins lager bringen, sobald ich weiß. ah ja, hier ist die zerstörte stätte das war, wenn sie alle rein ist das war wohl ein schwarzbär, auf dem man davon läuft jawoll meine güte jetzt sollten wir bald da sein, hm? ich will irgendwas nieder dran, bitte ja ja Ah, jetzt sind wir aber da. War das mein Stichwort? Hey Kumpel! Kap'n Monroe. Natürlich. Der Kumpel ist weg, versuchen zu finden Medikationen. Das ist ziemlich ein Geschäft. Ja. Ich dachte, dass wir mit dem alles fertig sind. Wir sind. Colonel Favors scheint zu denken, dass die Natives ein paar Projekte, die sie nie gemacht haben. Und er hat sie verabschiedet, indem sie die Vakzine verabschieden von der Bundesrepublik. Wirklich? Ich sollte die Vakzine verabschieden. Jetzt sehe ich, dass die Wagen wurde verabschiedet. Warum würde er so etwas tun? Ich bin ehrlich gesagt, ich wirklich nicht weiß. Sie sagen, er hat eine sehr gute Krieg, also... vielleicht ist er versucht, zu entwickeln einen anderen. Das ist das, was du denkst? Ich versuche herauszufinden. Und er weiß, dass ich versuche herauszufinden. Er würde gerne mich verabschieden. Er würde gerne diese Schöne verabschieden. Er würde gerne diese Schöne verabschieden. Er würde sagen, dass ich glaube, dass er ein Hörger ist. Er weiß, dass ich das glaube. Er weiß, dass wir hier nur die Schöne verabschieden haben. Das ist die Schöne verabschieden. Er ist die Schöne verabschieden. Nein. Das ist verrückt. Er ist die Schöne verabschieden. Wo ist diese Schöne? Wo können wir ihn finden? Ich kann dir zeigen. Er sollte sich nach einem Pediatur kommen nach Valentin, aber er wurde nach Süd. Komm schon, Kapitän Monroe. Herr Morgan. Wir müssen mit der Stimme verabschieden. Wir werden. Wir werden. Wir werden. Wir werden. Jetzt komm! Wir werden. Okay. Ich denke, ich weiß einen Ort, wo wir ihn können. Wir müssen ihn unterhalten. Geht weg, Kapitän. Wir werden. Okay. Ich bin überrascht, dass er ein paar von diesen Aktionen mehr macht, um sich zu retten zu retten. Er kann mehr Begründung mehr machen. Vielleicht kann er eine Stimme stärker machen. Ich mag das Schöne verabschieden. Ja. Und um ihre Hörer. Ich meine, ich weiß nicht, ob er persönlich hat das oder nicht. Das ist das andere Problem. Es gibt eine Kultur in seinem Regiment. Der Schöne hat über die Schöne verabschieden. Okay. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more confidence. I'm still hoping a meeting can be arranged between Raines Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No, no, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe these counts. Or an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war. His record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. All right. This is the spot I was thinking of. Let's go up this way. Sure. Oh. There's a nice vantage point up at the top here. Okay. Let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this land. Sure to go. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan. But I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington, what kind of an idiot Colonel Favors is? And save us all of them. A lot of bother. Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. The horses move out of here. The horses move out of here. Understand me? Don't worry. I'm as clean as they come. All I do is clean. Well. Good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. I don't know. I can't promise. And now, hold the horses move out of here. Okay. That's what we should probably not do right now. I'll try. I'll check you back once again. Because... I'm not sure I have never seen that. I'm not sure what this was un undermine. Because... I have never seen that. Do you wish that it was unbeatable? Or do you want to get hit by? That's it. That's it. There's already done. Sorry, er hat angefangen. I'm sorry. Das ist nichts, was hätten wir großartig eine Wahl gehabt. Sonst noch was? Ich denke nicht. Ja, ergeben wollten sie sich ja nicht, also der Zug ist abgefahren. Ja, ich denke nicht. Ja, ich denke nicht. Die macht wohl am besten Damage, dann bleiben wir auch bei der. Und dann noch was fürs Schnelle. Das Pferd frisst irgendwie ganz schön viel gerade. Nein. 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 What are you doing? Du bist ja gar nicht dreckig. Ja. 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 Hey, den will ich haben. Ich will den Fisch haben. Shit. Gehen wir denn mit dem Lasso raus vielleicht? Und untergegangen. Shit. Man. Drei Stern Fisch. Groß. Fuck. Ich will den Fisch. ich habe guter und schlechter Nachricht. Ich habe gute und schlechte Nachricht. Ich habe gute und schlechte Nachricht. Ja, ich denke, ich bin ein bisschen schade über die Hände. Vielleicht. Ich hoffe, der Colonel Favors denkt, dass er von Bandit ist und nicht... Oh nein, ich bin noch ein Bandit. Es gibt keine Werte über das. Natürlich. Na gut, ich besser nach Arbeit. Danke, Mr. Morgan. Bandit oder nicht, das war eine gute Sache. Vielleicht wird es uns beide getötet, aber es muss es sein. Ich hoffe so. Das war mal zu langsam. Ohne entdeckt zu werden. Junge, wie stellt es euch denn das vor? Wie stellt euch denn das vor? Ohne entdeckt zu werden. Man soll einfach auf die Kutsche aufspringen und die hören das nicht. Na komm, bewegt dich. Pferde, bewegt dich. Oh Mann. Warum ist das Pferd jetzt zu langsam? Komm schon. Wenn da hier ist, der plant sich in einen Angriff auf das vor. Ähm. Wir schauen, dass wir mal hier weiterkommen. Wenn sich das Pferd wegen kann, nochmal in Bewegung setzen. Also. Ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Komm. Jawohl. auf das Gäste. Ja. Und jetzt kommt das Pferd auf. Ja. Ja. Na man. Hier gibt es Fische. Hey, der Fisch ist wieder da. Also es gibt hier wohl große Fische zu fangen. Fluss. Mist, wir haben nix mehr hierfür. Und wir kriegen den mit dem Lasso wahrscheinlich auch nicht raus. No. Aber mit etwas Glück kann man ihn dort erwischen. Wenn er angespült kommen sollte. Aber der ist schon wieder untergegangen. Mann. Der Spawn da wieder taucht auf und geht wieder unter. Gut, dann. Dann begeben wir uns heute mal da hin. Dann schauen wir mal, was passiert. Wollen wir jetzt Kriege anzetteln oder nicht. Was ist eigentlich die Zeit, dass ich das nicht wieder übersehe? Oh, der Part ist fast zu Ende. Okay, dann schauen wir mal da rauf, was mit dem Lagerfeuer ist. Schauen wir mal. Ist das eine Schießerei oder wird es ruhig? Hey, Bro. Das ist eigentlich mein Sattlamp-Pferd. Hey, Kumpel. Einer, der freundlich ist. So, where are you from, friend? Kind of all over the place. I am from Mexico. I left because my best friend, a man I'd known my whole life, betrayed me. And why am I telling you this? Because off in the company of strangers is the best kind. And the closer we get, the more cruel we become. See, you know it too. Oh. I don't know how well you know the town of Annisburg, but they tell a story of three brothers, close his kin. Until greed destroyed them. They found gold together, but one of them ran off with it all. Now, the three of them lie dead. Oh, yeah. They say, the brother marked the spark when he'd hidden the gold with tree carvings, until he was followed there and shot dead by one of the other brothers. As far as I know, it's never been found. Okay. And neither as the body of my best friend. So was. Well, I rested long enough. Das ist ein Lager einfach so stehen. Mit... Lass davver alles stehen. Du brauchst deine Karten da je nicht mehr, oder? What the fuck? Lass das alles stehen. Gut, Freunde. Das war es auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich bitte fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.